Also, mein Name ist Andreas Beutel, ich komme aus Dresden und habe dort das Pythagoras-Institut gegründet. Oder leite das natürlich auch, es existiert noch. Sinn ist, ein Universum zu zeigen, was harmonisch ist oder in dem alles seinen Platz hat oder in dem alles aus einer Quelle kommt. Ich habe mal mit einem Bild angefangen, es gibt bei uns in der Nähe, oder besser gesagt in der Nähe von Bautzen, einen sogenannten Saurierpark. Der ist wunderschön anzusehen, da hat ein Mann schon zu DDR-Zeiten angefangen, Saurier in Lebensgröße aus Beton nachzubauen. Das sind wirklich imposante Tiere. Warum die so groß sein konnten, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da kann man einen eigenen Vortrag drüber halten. Was man aber dort sieht, oder wo mir das das erste Mal bewusst geworden ist, ein bisschen sieht man es bei diesem Saurier hier schon, Alle Saurier, die dort sind, sind nur dargestellt, sie bekämpfen sich, sie beißen sich gegenseitig in den Hals und sie bekriegen sich. Und das ist ein Phänomen, was in unserer Gesellschaft im Moment vorherrscht. Es ist so, wie wir selber sind, so sehen wir die Welt. Und das, was heute draußen passiert, wie die meisten Wissenschaftler denken oder die meisten Medienleute, die sehen eben nur Kampf und Krieg und dementsprechend gucken die auch auf die Welt und dementsprechend versuchen sie uns das zu vermitteln. Also die Saurier haben gekämpft und Symbiose oder Liebe oder sowas gibt es nicht im Universum. Dementsprechend haben wir auch ein Weltbild, wo wir sagen, es hat mit einem Urknall angefangen. Also das sind Wissenschaftler, die nur an Militärforschung denken oder von Militär finanziert werden, weil alles muss explodieren, alles muss knallen, krachen und so weiter. Dass aber etwas aus sich selber heraus, aus einer Liebe entstehen kann, das ist nicht denkbar für unsere Wissenschaft. Also ich muss da gerade mal ein bisschen draufhacken, ganz kurz nur. Und was ich aber zeigen möchte, weswegen ich da bin, ist eben zu sagen, es gibt ein harmonisches Universum und es hat alles seinen Einklang. Ich möchte das mal an ein paar Beispielen zeigen. Eine Eigenschaft, die die Kinder haben oder die Kindern nachgesagt wird, ist sich zu wundern. Nur wir haben das vergessen. Aber die Natur zeigt uns jeden Tag an so vielen Beispielen, wie schön das Prinzip eigentlich ist oder wie schön das Universum gebaut ist. Ganz einfaches Beispiel. Wer von euch hat sich schon mal darüber gewundert, dass es so ist, der Mond passt bei einer Sonnenfinsternis ganz genau vor die Sonne. Warum ist das so? Die Sonne ist ein ganzes Stück weiter weg, aber der Mond ist genau so und so viel mal kleiner, wie die Sonne weiter weg ist. Dass die beiden ganz harmonisch passen. Das hätte ja irgendwie anders sein können, ein bisschen kleiner oder größer. Nö, das ist fast hundertprozentig. Anderes Beispiel. Beispiel, womit ich mich hauptsächlich oder viel beschäftige, womit ich angefangen habe, ist die heilige Geometrie. Und die bekannteste Zeichnung aus der heiligen Geometrie kommt von Leonardo da Vinci. Hat jeder von euch schon mal gesehen? Auf dem Euro oder auf der Krankenkassenkarte oder eben im Museum. Und was Leonardo sagt, oder das mal dargestellt hat, ist der Mensch als Proportionsfigur. Wir könnten jeden hier im Raum nehmen, Zollstock dazu und mal ausmessen und würden feststellen, jeder Mensch ist so hoch, wie er breit ist. Also bei mir ist es ein Meter 80 und die Armspannweite entspricht auch einem Meter 80. Das ist ein vollständiges Quadrat. Und es gibt ein altes Rätsel in der heiligen Geometrie oder in der Geometriegeschichte. Die Griechen haben drei Fragen gestellt bei ihrer Konstruktion mit Zirkel und Lineal. Das waren immer die Werkzeuge, mit denen sie gearbeitet haben. Man muss dazu sagen, die Wissenschaft heute guckt in der Geschichte, man kann das immer in Mathematikbüchern nachlesen, so zurück, und dann sagen sie, die Griechen haben versucht, die Quadratur des Kreises mit Zirkel und Lineal zu finden, aber heute können wir berechnen, dass das nicht ging. Also so ein bisschen arroganter Unterton. Wir können das heute beweisen, die haben das damals probiert, es war eigentlich sinnlos. Aber was man damals versucht hat, war was ganz anderes. Man hat versucht, die Schöpfung nachzuvollziehen oder zu verstehen. Denn was machen die beiden Werkzeuge? Ein Zirkel zeichnet nur Kreise. Also egal, wie groß der ist, ich kann damit nur Kreise zeichnen. Und ein Lineal ist also eine gerade Linie, zeichnet nur Linien. Und wenn wir uns anschauen, woraus besteht das Universum, wir machen einfache Naturphilosophie auf, würden wir feststellen, es gibt ein männliches Prinzip und es gibt ein weibliches Prinzip. Das weibliche Prinzip ist das geschwungene oder runde und das männliche ist das gerade gerichtete. Also steht das Lineal für das männliche Prinzip und der Zirkel steht für das weibliche Prinzip. Das heißt, das Zeichnen mit Zirkel und Lineal ging darum, zu verstehen, wie aus den beiden Kräften dieses Universum entstanden ist. Und nur mit diesen beiden Kräften hat man dann eben versucht, mathematische Rätsel zu lösen, um, sagen wir mal, das Göttliche zu verstehen. Und eines dieser drei großen Rätsel war eben die Quadratur des Kreises. Das heißt, ich würde euch ein Quadrat geben, hier ist es schön groß, sagen wir, das ist ein Meter in der Länge, dann ist der Umfang dieses Quadrates genau vier Meter, also vier Seiten. Und ihr sollt jetzt mit Zirkel und Lineal daraus einen Kreis konstruieren, der genau vier Meter Umfang hat. Und eben dies ist nicht möglich. Also wir können das nicht exakt lösen. Ein ähnliches Problem ist dann, die Fläche zu nehmen. Also wenn das wieder ein Meter ist, ist das ja ein Quadratmeter. Und jetzt daraus einen Kreis zu konstruieren, der genau ein Quadratmeter Fläche hat, ist auch nicht möglich. Aber, jetzt kommt was Verrücktes. Es gibt einen Satz, der sagt, der Mensch ist der Maßstab des Universums. Und das heißt nicht, der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern der Mensch oder alles, was im Universum existiert, lässt sich auch im Menschen wiederfinden. Jetzt können wir wiederum jeden hier im Raum nehmen und vermessen. Das eine Maß ist dieses hier, Armspannweite. Das andere Maß ist, wie weit kann ich mit dem Arm nach oben recken. Ich kann mich zwar auf Zehenspitzen stellen, aber diesen Abstand von hier bis zu meinem Kopf, den kann ich nicht mehr ändern. Es gibt irgendeinen höchsten Punkt, weiter geht es nicht. Und wenn man jetzt nachmisst, beziehungsweise gibt es auch schöne Tafelwerke, wo alle Maße des Menschen drinstehen, wenn man jetzt nachmisst, das hier ist das Quadrat, das der Mensch um sich herum hat, und diese Strecke von hier bis hier, das entspricht diesem Maß von dem obersten Punkt, wo ich hinreichen kann, bis zum Beginn meines Kopfes. Das ist ganz exakt bei jedem Menschen so. Und das Witzige ist, also zum einen, ihr seht das schon hier, hier gibt es einen Kreis und einen Quadrat, das entspricht genau der Umfangsgleichheit von Kreis und Quadrat. Das ist im Menschen eingebaut. Und dann habe ich hier angemalt, eine blaue Kugel und eine graue Kugel. Die haben ja ein Durchmesserverhältnis. Und wenn man das nachrechnet, Durchmesser der blauen Kugel zu Durchmesser dieser grauen Kugel, ist wie Durchmesser Erde zu Durchmesser Mond. Und es ist ein harmonisches Universum. Es ist alles nach Maß und Zahl geordnet. Wir werden dann noch ein paar mehr Beispiele sehen. Nächstes Beispiel aus der Geometrie, der goldene Schnitt. Ich weiß jetzt nicht, wer alles schon damit zu tun hatte. Ich nehme eine beliebige Strecke, nenne sie 1 und teile sie in der Mitte, dann haben wir das Seitenverhältnis 1 zu 1. Aber die kurze Seite hat ja dann auch nochmal ein Verhältnis zur Gesamtlänge. Also 1 zu 2 in dem Fall. Beim goldenen Schnitt frage ich dann, wo teile ich die Strecke, dass sich die kurze Strecke zur langen Strecke so verhält, wie die lange zur Gesamtlänge. Oder kurz gefasst, also die harmonischste Stelle oder die harmonischste Teilung. Und ich habe mal ein anderes Werkzeug mitgebracht, was jetzt nicht ganz den Regeln der heiligen Geometrie entspricht, ein sogenannter Proportionalzirkel. Alle Künstler oder viele Künstler haben es verwendet, weil es einfacher ist, als den goldenen Schnitt zu konstruieren. Und zwar, da ist er, er hat, dieser Proportionalzirkel hat zwei Enden, also oben und unten. Und Proportion heißt ja Verhältnis. Ich kann ihn also, indem ich den Drehpunkt verschiebe, so einstellen, dass oben zu unten ein ganz bestimmtes Verhältnis hat. Und in diesem Fall ist es auf das Maß des goldenen Schnittes eingestellt. Müsst du da mir einfach mal vertrauen. Und ich mache es mal so, ich öffne das und stelle das ein, dass ich die kurze Strecke hier messe, mit der Länge dieses Knochens von meinem Zeigefinger. Wie gesagt, das funktioniert wieder bei jedem von euch im Raum. Dann kann ich das rumdrehen, habe hier eine lange Strecke und erhalte die Länge des nächsten Knochens. Und jetzt kann ich es wieder ein Stück größer machen, sage, dieser lange Knochen ist jetzt mal eine kurze Strecke, drehe das Teil rum und erhalte dann das Maß für das Handgelenk. Es gibt Untersuchungen, wo man mal Menschen gefragt hat, welches Rechteck empfindest du als harmonisch? Und hat dann verschiedene Rechtecke vorgelegt, 1 zu 2, Quadrat, 1 zu 1 oder so, und ein goldenes Rechteck und gefragt, welches davon ist das harmonischste? Und die meisten Menschen reagieren auf das im goldenen Schnitt als das harmonischste Maß. Wir haben das in uns eingebaut, dass wir so eine Art Schönheit dort wahrnehmen oder empfinden, damit in Resonanz gehen. Und dieses Maß des goldenen Schnittes taucht immer, immer wieder auf in der Natur und das Global Scaling kann das auch an einer Stelle erklären, warum es das ist oder warum das so ein wichtiges Maß ist. Jetzt habe ich hier diesen 5 Sternen, mal angemalt oder hingelegt. Also die Zahl 5 brauchen wir, um den goldenen Schnitt zu berechnen. Und das Fünfeck ist ein wichtiges Element sozusagen. Wenn ich diesen Punkt mit diesem hier verbinde, also eine gerade Linie ziehe, und ich verbinde dann den Punkt mit dem hier, wird diese waagerechte Linie an der Stelle hier im goldenen Schnitt geteilt. Oder alle Blüten, die sehr oft mit fünfzahligen Strukturen arbeiten, nutzen den goldenen Schnitt oder zeigen uns den goldenen Schnitt in der Natur. Und nun ist es so, nochmal im Hintergrund, der Mensch ist der Maßstab des Universums. Nehmen wir den Menschen in seiner Größe, jetzt bei mir 1,80 Meter, und teilen ihn in der Mitte, also nehmen genau die Mitte, dann kommen wir im Schritt raus. Das ist die halbe Körperhöhe. Teilen wir die Körpergröße im goldenen Schnitt, dann kommen wir beim Nabel raus. Und wenn wir jetzt sagen, ich stehe mit den Beinen auf der Erde, und hier oben, das ist jetzt der Abstand zur Sonne, also hier ist der Mittelpunkt der Sonne, dort ist der Mittelpunkt der Erde. Und ich teile diese Strecke im goldenen Schnitt. Was befindet sich dort, wo der Nabel ist? Dort befindet sich die Bahn des Merkurs. Und die Künstler, oder die, sagen wir, sensibleren Wesen, haben das schon immer gewusst. Ich fange mal mit Goethe an, die Sonne tönt nach alter Weise in Bruders fairen Wettgesang. Und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Also er schreibt hier über den Klang des Universums. Oder im Christentum, im Alten Testament, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Es gibt Untersuchungen, wie oft hat Gott im Alten Testament gesagt, und Gott sprach. Das ist eine ganze Menge, weil wahrscheinlich die Wichtigkeit des Wortes oder der Sprache dort betont werden soll. Im Neuen Testament geht es dann los, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Auch dort ist wieder das Wort etwas Wichtiges oder Schaffendes. Der Klang oder die Sprache. In den Upanishaden, Brahma über sich selbst, ich bin der Schöpfer, der Schoß der Welt, bin aus dem einzigen Wesen erworben, bin der einzige Herr, bin anfangloses, höchstes Wort. Und so weiter. Von Goethe gibt es auch ein Zitat, Architektur ist gefrorene Musik. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Und Eichendorff hat noch ein schönes Gedicht geschrieben. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Wir gehen mal kurz durch die Geschichte, dieser Idee des harmonischen Universums. Der erste, den wir dann nennen müssen, ist ganz eindeutig Pythagoras. Er ist derjenige, der die Harmonie der Sphären hören konnte, oder von dem das gesagt wurde, dass er das konnte. Also die Umlaufbahn, oder die Klänge, die die Planeten haben, bei ihrer Bewegung um die Sonne hörbar zu machen, oder dass sie für ihn hörbar sind, oder wahrnehmbar sind. Auch dort der Hintergrund der Idee, das Universum ist ein harmonisches. Es klingt, oder es singt. Vielleicht auch in Frequenzen, die wir nicht immer hören, aber es klingt. Von ihm gibt es auch Hinweise darauf, dass er sich mit Musiktherapie beschäftigt hat. Also es wurde immer gesagt, er war in der Lage, mit seiner Laute oder mit seinem Gesang seine Schüler zu besänftigen, oder ihnen Energien rüberzugeben, oder sie zu heilen, je nachdem, was sie gerade benötigt haben. Der nächste, wir machen einen großen Zeitsprung, ist Johannes Kepler. Er hat sich sehr viel mit Geometrie beschäftigt, und in der Wissenschaft werden Leute wie Kepler oder Newton immer auf den Sockel gehoben für ihre Erkenntnisse, auf dem wissenschaftlichen Gebiet, aber die wenigsten wissen, es waren immer auch Mystiker gewesen. Newton war Alchemist gewesen, Kepler war auch ein großer Mystiker. Wenn man seine Bücher liest, das ist sehr viel religiöse Schwärmerei und ganz wenig Mathematik drin, oder im Hintergrund. Das ist nicht das Wichtigste. In der Wissenschaft wird nur die Mathematik rübergenommen, das andere wird nicht wichtig genommen. Er hat ein Planetenmodell entwickelt oder propagiert. Wir nehmen hier die Bahn des Saturn als Kugelform und setzen dort hinein einen Würfel. Der passt also genau in diese Kugel hinein, einen der platonischen Körper, und in den Würfel passt wieder eine kleinere Kugel. Und diese kleinere Kugel hat auch einen Durchmesser, wie ein Geschenkschachtel, wo nur eine bestimmte Kugelgröße hineinpasst, und dann entspricht diese Kugel, oder der Durchmesser dieser Kugel, entspricht dann der Bahn des Jupiter. Wenn wir dann in diese Kugel einen Tetraeder hineinsetzen, diesen Körper hier, können wir in den Tetraeder auch wieder eine Kugel reinschreiben und kommen dann zur Bahn des Marses. In die Bahn des Marses setzen wir den nächsten platonischen Körper, einen Dodekaeder, hier ein bisschen kleiner, dort finden wir dann die Bahn der Erde drin. Und so weiter. Also er hat zum einen die platonischen Körper, für ihn wichtige Konfigurationen des Universums da, und zum anderen hat er damit gezeigt, dass sie alle eine Bedeutung haben im Universum. Und hat ein Planetenmodell gezeigt, was sehr, sehr gut ist. Also Wissenschaft erkennt das heute nicht mehr an, man nimmt da meist die Titus-Bode-Beziehung, aber es ist eine gute Annäherung. Und wichtig ist auch, in seinen Büchern werden schon die Intervalle untersucht, der Himmelskörper, wenn sie sich umeinander bewegen. Also welche harmonischen Intervalle machen sie? In ihren Geschwindigkeiten, in ihren Bahnelementen und so weiter. Fragen wir uns mal, was ist eigentlich Musik? Musik ist ja, oder Grundvoraussetzung der Musik, ist eine Schwingung oder eine Bewegung oder eine Vibration. Wir brauchen also ein Medium, durch das sich diese Vibration fortsetzen kann, und im kosmischen Maßstab kann das auch anders aussehen. Wir müssen einfach noch ein bisschen Hintergrund anschauen, nämlich, wir schauen uns mal an, wo kommt denn ein Ton her oder eine Sinuskurve. Also wir sagen, wenn ich eine Seite schwingen lasse, ist es eine Sinusbewegung, die ist es auf und ab. Im Hintergrund dazu steht aber die mathematische Definition des Sinus, mal hier links dargestellt. Ich habe einen Kreis, und in diesem Kreis lasse ich einen Zeiger laufen, diesen hier. Fangen wir bei 0 Grad an, lassen ihn langsam nach rechts wandern und messen dann immer die Strecke bis zum Boden. Dann nach der Seite gewandert, bei 90 Grad ist das Maß 0, weil diese Schattenlänge hier 0 ist, und bei 180 Grad ist es dann minus 1. Also immer, wo wir einen Sinus sehen, könnte man sagen, es ist ein Schatten oder ein Abbild einer Kreisbewegung. Beispiel Steckdose, dort kommen 220 Volt Wechselstrom raus. Diese Wechselspannung ist sinusförmig, und zwar deswegen, weil es die Schattenbewegung ist, der kreisförmigen Bewegung des Generators irgendwo da draußen im Kraftwerk. Und immer, wenn also ein Ton klingt, haben wir es mit Sinusschwingungen zu tun. Jetzt müssen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Eine schwingende Seite, hier auf dem Klavier, wird also angestoßen. Im einfachsten Fall hätten wir einen Schwingungsbogen. Die beiden Enden der Seite sind ja fest. Bei der Gitarre könnt ihr es euch vorstellen, gibt oben und unten einen Steg. Die Seite schwingt, aber es schwingt nicht nur die eine Seite mit, oder die Seite schwingt schon mit, aber nicht der Grundton alleine, sondern es gibt natürlich auch mehr Töne. Der zweite Ton, der also zwei Schwingungsbögen enthält, oder dann drei Schwingungsbögen, vier Schwingungsbögen, oder fünf, oder sechs, oder sieben, und so weiter. Es ist auch einsichtig, warum die Obertonreihe immer aus ganzzahligen Zahlenverhältnissen besteht, weil die Enden ja feststehen und nicht vibrieren können. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel bringen, ich hatte es hier vorhin kurz getestet, ich hoffe, es funktioniert noch. Wir haben hier ein Programm, was den, wie sagt man, die Stimme hier im Raum, oder alle Geräusche hier im Raum aufnimmt, und in ihrem Frequenzgehalt analysiert. Wenn ich jetzt rede, oder man muss ja erstmal lernen, wie kann ich dieses Diagramm deuten. Wenn ich also hier rede, sehen wir meine Stimme, wir können auch mal versuchen, zwei Sekunden zu schweigen. Dann sehen wir, hier passiert gar nichts. Und wenn ich jetzt mal einen Ton pfeife, wäre das also der Pfeifton, wenn ich die Tonhöhe ändere, sieht man also, wie sich das auswirkt, hier in der Darstellung. Nur damit er mal eine Vorstellung bekommt, und jetzt kommt die angedrohte Stelle, wo ich singen werde. Meine Stimmbänder sind ja auch eine schwingende Seite, oder sind zu vergleichen mit einer schwingenden Seite. Also nehmen wir ein einfaches A. A. Dann seht ihr hier den Grundton, den ersten Oberton, den zweiten und so weiter, und immer der gleiche Abstand in dieser Darstellung, wo sich das Maß also wiederholt. Ich kann das jetzt auch mit dem Klavier nachvollziehen. Da ist es ähnlich. Dann haben wir hier den Grundton, den ich angestimmt habe, erster Oberton, zweiter, dritter und so weiter. Nehmen wir nochmal den Grundton, ein C. Und dann den ersten Oberton dazu, das nächste C, sehen wir, dass der hier genau das Doppelte von diesem Grundton ist. Also das ist mein neues C. Hier. Und das war mein Grundton. Und wir sehen also, wie jeder Ton, oder jedes Instrument, ein bestimmtes Oberton-Spektrum transportiert oder mitliefert. Und dieser Anteil an den Obertönen bestimmt dann, dass wir erkennen, das ist ein Klavier. Also wenn wir den Ton hören, hören wir ja schnell raus, ob es ein Klavier ist oder eine Trompete oder ein anderes Instrument. Und wenn wir dann anschauen, wie das Universum aufgebaut ist, stellen wir fest, es schwingt alles. Es schwingt nicht nur in kurzen Zeiten, wie bei den Tönen, sondern auch in langen Phasen. Also vielleicht auch noch relativ kurz. Einatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Es ist ein langer Zyklus, der immer weiter geht. Ein bisschen weiter, wäre dann, könnte man noch reinsetzen, den Tag. Und die Nacht ist auch ein Zyklus, 24 Stunden. Dann 28 Tage, Vollmond, Neumond, Vollmond, Neumond. Und es wird immer so weitergehen. Sommer, Winter und so weiter. Oder Jugend, Alter, Leben, Tod. Jetzt sind wir schon fast bei den esoterischen Begriffen oder bei Wiedergeburt. Wir sehen, es funktioniert auf allen Ebenen so, in allen Zeitzyklen. Aber im Großen sagt man, es gab einen Urknall, das Universum ist explodiert, alle Materie war da gewesen. Und ob es dann auseinander geht, ob es still steht oder sich wieder zusammenzieht, das hängt nur von der Hubble-Konstante ab. Aber das ist irgendwie ein sehr totes Universum. Es ist meiner Ansicht nach ganz genau so aufgebaut, wie oben so unten oder wie im Kleinen, so im Großen. Wir haben also im Kleinen Schwingungen, dann werden wir die auch im Großen haben. Und das Universum wird sich ausdehnen und wird sich mutmaßlich auch wieder zusammenziehen. Wenn wir jetzt alle Töne mal auf einer Linie darstellen, also unseren Grundton, ersten Oberton, dann zweiten Oberton, dritten Oberton und so weiter. Alle Töne, ich habe es hier glaube ich bis sechs gemacht, sehen wir, dass es Töne gibt, die durch die Mitte durchgehen, hier, und es gibt Töne, die die Mitte meiden. Die durch die Mitte hindurch gehen, sind gerade Töne, also zwei, vier, sechs, acht und so weiter. Die diese meiden, sind dann natürlich die ungeraden Töne. Und ich streiche mal die ungeraden hier raus, die, die nicht durch die Mitte gehen, und dann stellen wir fest, wir haben unseren Grundton, und dann haben wir hier die erste Oktave, das Doppelte. Da drin haben wir wieder eine Oktave, da drin haben wir wieder eine Oktave. Man nennt sowas in der Mathematik fraktal oder selbstähnlich. Also die Struktur wiederholt sich. Und wenn also eine Seite klingt, haben wir dort immer wieder neue Oktaven oder neue Töne drin hineingeschachtelt, sozusagen. Das ist ein bisschen Grundlage, die man braucht, um das harmonikale Universum zu verstehen. Dann gibt es einen mittlerweile schon bekannten Zusammenhang zwischen Klang und Formen. Erinnert euch an das Wort Architektur ist gefrorene Musik. Das ist ein einfaches Experiment. Ich habe hier einen Becher mit Wasser. Darunter befindet sich ein Lautsprecher und sieht es hier an diesen beiden Kabeln. Und wenn ich eine chaotische Frequenz draufgebe, vibriert das Wasser. Und man sieht hier, diese weißen Punkte, das sind Wellenberge. Der Rest sind Wellentäler. Also es ist ein chaotisches Muster. Wenn ich aber die richtige Frequenz finde, dann stellt sich hier zum Beispiel eine Viererstruktur ein in dem Wasser. Oder eine Fünfer oder eine Sechser oder was auch immer. Also je nachdem, in welchem Bereich ich unterwegs bin, in welchem Frequenzbereich. Diese Experimente sind schon sehr alt. Vor 200 Jahren hat ein Mann ein Buch geschrieben, der Ernst-Florenz Klagny heißt. Und deswegen heißen diese Figuren auch Klagnyische Klangfiguren. Das Buch heißt glaube ich Akustik und hier mal drei Zeichnungen, sechs Zeichnungen. Er hat also Metallplatten genommen und mit einem Geigenbogen angestrichen, vorher ein bisschen mit Sand bestreut. Und wenn ihr euch vorstellt, wir gehen nochmal hier zurück zu dieser Zeichnung, das ist meine schwingende Seite. Und auf dieser schwingenden Seite würde jetzt Sand liegen. An den Punkten, wo das hier also die Amplitude so groß wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sand liegen bleibt, sehr gering. Der würde sich also eher zum Rand hin bewegen, wo der Knoten ist und sich dort sammeln. Oder wenn wir dann bei höheren Tölen sind, sammelt sich meinetwegen Sand hier und hier und in der Mitte. Und genau das ist das, was hier passiert bei den Klagnyischen Klangfiguren. Wenn ich das also anreibe mit meinem Geigenbogen, sammelt sich der Sand immer in Schwingungsknoten an. Und Hans Jenny in den 50er Jahren hat damit gearbeitet oder damit weitere Untersuchungen gemacht. Er hat also diese Untersuchungen von Klagny fortgeführt, nur mit moderner Technik, mit Fotografie oder mit Videomaterial. Und in der heutigen Zeit gibt es noch einen Alexander Lauterwasser. Es gibt auch ein Buch von ihm, das heißt Wasserklangbilder, was ich sehr empfehlen kann. Ich habe mal hier mir erlaubt, ein paar Beispiele zu kopieren. eine Blüte und daneben eine fünfblättrige Struktur, die im Wasser entsteht bei der richtigen Frequenz. Oder eine Orange und dann hier eine entsprechende Struktur des Klanges des Wassers. Oder, ihr habt sicher noch nie einen fünfeckigen Wassertropfen gesehen, oder einen achteckigen Wassertropfen. Das sind Experimente, die entstehen, wenn wir Klang mit Form kombinieren oder wenn wir Form entstehen lassen aus Klängen heraus. Und wir gehen wieder zurück ins Sonnensystem. Hier mal eine Darstellung des Magnetwindes der Sonne, der also die Planeten umspült, indem wir uns bewegen, wo wir also im Feld der Sonne sind. Und dann eine stark übertriebene Aufnahme der Sonnenoberfläche, die selber auch vibriert. Das sind natürlich nicht einfache Schwingungsmuster, sondern ein bisschen komplexer, aber wir sehen ganz genau, es gibt hier all diese Klangstrukturen, die Sonne singt auch in anderen Tönen, in anderen Tonhöhen, aber sie singt. Und jeder Planet tut das, jeder Himmelskörper tut das. Es gibt einen Mann, der hat in den 70er Jahren ein Prinzip entdeckt, er nennt das die kosmische Oktave. Ich hatte vorhin die Oktave kurz vorgestellt, als das Phänomen, was eine Grundfrequenz verdoppelt und auf der nächsthöheren Ebene wiederholt. Also nochmal beim Klavier sagen wir, das hier ist ein C und das sagen wir ist auch ein C. Aber es ist genau die doppelte Frequenz oder ein Stück höher und auch das ist ein C oder das ist ein C. Und dazwischen liegt immer die Verdoppelung der Frequenz. Und er hat also gesagt, im Kosmos herrscht diese Oktave vor, wir verdoppeln also Frequenzen und ist dazu übergegangen, also die Himmelsbahnen zu berechnen beziehungsweise die Bahnen, die wir schon kennen von dem Planeten, zu verwenden, um auf kosmische Töne schließen zu können. Hier nochmal symbolisch dargestellt, die Sonne, die inneren Planeten, die äußeren, der Jupiter, der Saturn und mal stark vereinfacht gesagt, bewegen diese Planeten sich ja auf Kreisbahnen. Und was wir vorhin gesehen haben, jeder Sinus ist die Schattendarstellung einer Kreisbahn oder einer Kreisbewegung. Also können wir die Bewegung des Jupiter oder die Bewegung der Erde in einen Ton umrechnen. Nur dieser Ton ist natürlich sehr langsam, er ist nicht hörbar. Deswegen diese Idee von Hans Cousteau, wir nehmen einfach, machen wir es mal am Beispiel der Erde, den Ton der Erde und rechnen ihn aus, wie er sich hören würde in der ersten Oktave. Das sind nicht 365 Tage, sondern dann die Hälfte, können wir auch noch nicht hören, also müssen wir es nochmal oktavieren und nochmal und nochmal, ungefähr 30 Mal, bis wir in den hörbaren Bereich kommen. Und dann kann man feststellen, alle Planeten haben eigenständige Töne und man stellt auch fest, unsere Tonsysteme, zumindest die alten, haben sich teilweise orientiert am Ton des Mondes oder an dem Tageston oder an der Bewegung der Erde um die Sonne. Und es gibt dann Frequenztabellen dazu, man kann es auch in Farben umrechnen, meinetwegen der Tageston in Rot-Orange, beziehungsweise in Farben und ich habe mal hier das ganze Sonnensystem mitgebracht als Stimmgabel und man kann sich den Ton raussuchen, den man gerade braucht. Es gibt mittlerweile, wer danach suchen möchte, unter dem Stichwort Phonophorrese Behandlungsmethoden, wo man also schaut, Beispiel, jemand braucht eine Erdung, weil er sehr abgefahren ist gerade oder sehr im Kopf gelandet ist, dann würde ich natürlich auch den Erdenton nehmen, ins Basischakra einspeisen mit einer Stimmgabel, um ihn wieder ein bisschen runterzuholen, um ihm wieder den Grundzonen zu geben. Das ist auch, der Erdenton ist ja das, was uns am meisten beeinflusst, der tägliche Rhythmus, diese 24 Stunden, damit leben wir ja am ehesten in diesem Zyklus drinnen. Und das sind also Planetentöne, eine direkte Fortsetzung der pythagoreischen Idee, dass alles im Universum klingt oder dass die Töne hörbar sind der Planeten. Wenn wir über das harmonische Universum reden, kommen wir nicht vorbei an diesem Mann hier, das ist neueren Datums, Hartmut Warm hat den Kepler-Stern-Verlag in Hamburg, unter keplerstern.de könnt ihr sein Buch bestellen oder auch die Software, die ich gleich zeigen werde, runterladen, also zumindest die Probeversion und dann auch kaufen. Wir sehen hier die Bewegung der inneren Planeten um das Sonnensystem, also die Sonne, den Merkur, die Venus, die Erde und den Mars. Und jetzt machen wir mal folgendes, Beispiele, Venus, Erde, machen wir, genau, Pause. Dieses Kreuz hier ist die Sonne, die Mitte unseres Sonnensystems. Dann haben wir hier grün die Venus und blau die Erde. Und wir ziehen ständig zwischen den beiden Planeten aller 40 Tage, Entschuldigung, ziehen wir eine Linie und lassen die stehen. Entschuldigung. Lassen wir das weiterlaufen und gucken mal, was passiert, wenn die beiden Planeten sich umeinander bewegen. Jetzt ist, oder kurz danach, ist das Phänomen, wo der Astronom sagen würde, die beiden befinden sich in Opposition zueinander, also sie stehen gegenüber. Hier ist die Erde, hier ist die Venus und in der Mitte die Sonne. Und wenn sie dann auf einer Seite sind, hätten wir die Konjunktion. Lassen wir es mal weiterlaufen. Die Venus läuft innen und läuft natürlich immer ein bisschen schneller als die Erde, das heißt, ihr seht das schon, die Verbindungslinie wird kürzer und irgendwann wird sie die Erde überholen auf der Innenbahn. Jetzt nähern wir uns dem an. Ungefähr jetzt haben wir die Konjunktion, also kurz danach schon wieder. Also die Venus hat gerade die Erde überholt, läuft jetzt voraus und wird dann irgendwann wieder in die Opposition gehen. Jetzt lasse ich das einfach mal durchlaufen, damit ihr seht, was hier passiert, um zu verstehen, dass es wirklich ein harmonischer Lauf ist. Einzüge. Einen Zyklus brauchen wir noch. Also nicht irgendwas, sondern ein ganz harmonisches Fünfeck. Und wir können alle Himmelskörper durchschauen, wir finden dort immer wieder ähnliche Strukturen, er nennt es deswegen Signatur der Sphären, also die Signaturen oder die Zeichen, die die Himmelskörper an den Himmel schreiben, die immer wieder auftauchen und die uns auch wieder sagen, es sind harmonische Strukturen. Was man aber auch lernt, es ist kein perfektes Fünfeck. Es gibt eine ganz kleine Abweichung da drin. Also wenn man das länger laufen lässt, sieht man, dass das Fünfeck sich ganz langsam weiter dreht um ihre Achse. Und es ist so ähnlich wie die Untersuchung, wo man versucht, ein Gesicht zu zeichnen mit Computerhilfe, was ideal symmetrisch ist. Also ganz perfekt, und dann stellt man aber irgendwann fest, das ist zwar, sagen wir, schön, aber es ist auch langweilig, weil da fehlt die Abweichung drin. Also die Natur braucht immer eine ganz kleine Abweichung oder es gibt immer eine ganz kleine Abweichung drin, damit ein Impuls oder damit eine Weiterentwicklung stattfinden kann, dass das nicht stehen bleibt, sondern immer auch die Idee dabei ist, nächster Schritt oder komm, entwickle dich mal ein bisschen weiter. Also die Abweichung muss immer auch vorhanden sein und auch hier im Sonnensystem hinzukäme, wenn das alles ganz exakte Maße wären, würde das ganze System irgendwann auseinanderfallen wie ein Uhrwerk, was ich so perfekt mache, dass ich gar keinen Reibungs, nein, keinen Luftspalt mehr dazwischen habe, das könnte nicht mehr laufen, weil sich die Reibungskräfte gegenseitig blockieren, das würde auch nicht funktionieren. Also wir brauchen immer einen gewissen Spielraum, einen gewissen Spielraum oder um jetzt in religiösen Begriffen zu reden, wenn Gott eingreifen willte oder das Göttliche oder das Spirituelle braucht es immer diese kleine Abweichung, wo so ein spiritueller Impuls mal Entschubs geben kann in eine andere Richtung, um das Gesamtsystem weiterentwickeln zu können. Und das mal ein Beispiel, wie das Universum wirklich harmonisch ist. Und diese Sachen, die ich gerade jetzt gezeigt habe, lassen sich also mit dem Programm von Hartmut Warm zeigen und berechnen. Es gibt auch ein sehr interessantes Buch von ihm, was eben heißt die Signatur der Sphären. Nun kommen wir dann zur nächsten Idee oder neueren Geschichte. Auch sehr wichtig und präzisiert das, was wir jetzt gesagt haben, nochmal sehr viel deutlicher. Nennt sich Global Scaling. In zwei Zitaten. Global Scaling ist ein hocheffizientes Verfahren der Prozessanalyse, Optimierung und Prognose, das auf neuesten Erkenntnissen aus der physikalischen Grundlagenforschung basiert. und Global Scaling gehört zu den gesichertesten Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft und wurde bislang nur an elitären Forschungseinrichtungen der Russischen Föderation gelehrt. Also mittlerweile ist es schon seit zehn Jahren in Deutschland verfügbar. Derjenige, der das entdeckt hat, die Global Scaling-Theorie, und auch dann wieder nach Deutschland gebracht hat, ist Hartmut Müller, der das Institut für Raumenergieforschung im Memoriam von Leonard Euler leitet. Also wo man auch, sagen wir mal, die Ausbildung dort erhält oder intensiver lernen kann, was Global Scaling ist. Und ich führe einen neuen Begriff ein, dann müssen wir natürlich auch mal fragen, was das bedeutet. Global ist klar, also weltweit oder allumfassend, aber was heißt Scaling? Scaling übersetzt ist logarithmische Skaleninvarianz. Und Skaleninvarianz kann man sagen, ist eine grundlegende Eigenschaft von selbstähnlichen Strukturen. Wenn ihr euch vorhin an diese Darstellung der Musik erinnert, das war ja auch selbstähnlich, ob diese Schwingung nun so groß ist oder so oder so, es war immer die gleiche Struktur, wir finden drinnen wieder eine Oktave. Hier ein anderes Beispiel, Schiepinski-Dreieck, also ein gleichseitiges Dreieck und dann in der Mitte einfach ein gleichseitiges Dreieck rausgenommen. Aus diesen gleichseitigen Dreiecken dann, die entstehen wieder eins rausgenommen, wieder eins und so weiter und egal auf welche Skalenebene wir uns bewegen, wir kommen immer wieder zu einer selbstähnlichen Struktur und da aber diese die Skala nicht linear ist, sondern logarithmisch, also ich muss immer die Hälfte der Strecke nehmen, dann muss ich die Hälfte der Strecke nehmen und muss die Hälfte der Strecke nehmen und sagen wir, dazu ist eine logarithmische Skaleninvarianz. Und schauen wir uns mal um, Skaleninvarianz in der Natur, links einen Blumenkohl oder eine Sonderart des Blumenkohls, ein sogenannter Romanescu, und wir sehen hier sogenannte Fibonacci-Sequenzen, also die Anzahl dieser Knoten, dieser Unterwirbel hier entspricht einer mathematischen Folge, die sich Fibonacci nennt und wenn wir dann so einen Knoten analysieren, sehen wir, dass da drin auch nochmal kleine Wirbelstrukturen sind, die auch wieder dieser Fibonacci-Folgereihe folgen und dann diese Unterknoten lassen sich auch nochmal zeigen, dass die auch nochmal dem gleichen Prinzip folgen, ich habe das dann unter dem Mikroskop noch weiter verfolgt, das ließ sich auf vier Ebenen nachvollziehen, also immer noch erkennen, dass das die gleiche Struktur ist und wenn wir wahrscheinlich auf Zellebene runtergehen würden, würden wir es nochmal finden. Und eben wieder, egal auf welche Skala wir gehen, wir finden eine selbstähnliche Struktur. anderes Beispiel, das sind sogenannte Steinmetz-Schlüssel. Alle Steinmetze haben ihr Zeichen hinterlassen auf ihren Werken, man findet das an alten Kirchen oder Gebäuden und hinter, das sind einfache Zeichen, aber dahinter steht immer eigentlich noch eine geometrische Struktur und da gibt es zwei Schlüssel, entweder der Vierpass oder der Sechspass und egal in welcher Skala ich mich befinde, also wir haben hier wieder einen Kreis, dann vier große Kreise drin, da drin wieder vier kleinere Kreise, da wieder vier kleinere Kreise, wir haben also so eine Skaleninvarianz und wenn wir ein Steinmetz- Zeichen nehmen, hier drauflegen, sehen wir die Linien gehören entweder hier hin in diese Diagonalen oder Teile dieser Kreisbögen. Was anderes war nicht erlaubt in diesem Übermittlungssystem. Und Skalenvarianz in der Philosophie, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt am Anfang, bei den hermetischen Gesetzen von Tod, das Prinzip der Entsprechung und Analogie, wie oben so unten oder wie unten so oben, wie innen so außen, wie außen so innen, wie im Großen so im Kleinen oder wie im Kleinen so im Großen. Unsere Sinne sind Skaleninvariant aufgebaut. Das nennt sich Weber-Fechner'sches Gesetz. Die Stärke einer Sinnesempfindung ist proportional dem Logarithmus der Reizstärke. Also, das Gehör ist logarithmisch aufgebaut, dieser Bereich vom Kleinsten, was wir hören, oder dem Leistesten bis zum Lautesten, was wir hören können. Oder die Musik, die wir vorhin gespielt haben, das war auch eine logarithmische Struktur. Unser Sehvermögen, unser Geruchssinn, unser Tastsinn. Beispiel, ich würde ich würde dir 100 Gramm auf eine Hand geben und dann erhöhe ich das Gewicht um 10 Gramm. Und damit du die gleiche Empfindung hast, dieser Stärke, wenn ich dir 200 Gramm drauflege, muss ich nicht 10 Gramm drauflegen, damit du die gleiche Erhöhung sozusagen des Druckes empfindest, sondern ich muss dir 20 Gramm drauflegen. Damit ihr das wahrnehmt. So funktioniert also der Druckssinn oder der Tastsinn wiederum logarithmisch. Also wenn das Gewicht größer ist, muss auch die Änderung größer sein, um die gleiche Intensität wahrzunehmen. Und das Gleiche funktioniert auch mit Entfernungsschätzungen. Also hier in dem Nahbereich kann ich die Entfernung noch gut schätzen. Meinetwegen hinten an der Wand kann ich 10 Zentimeter nicht mehr unterscheiden, weil ich dann in einer anderen Skala bin. Oder wenn ich auf dem Berg stehe und das Gebirge anschaue, den nächsten Berg, dann ist auch diese 50 Meter nicht mehr wichtig. Da sind dann Kilometer wichtig in der Schätzung. Also auch dort funktioniert das Ganze nach Skaleninvarianten Prinzipien. Und das ist nicht so, dass jetzt unsere Wahrnehmung irgendwie falsch wäre oder einfach so ist, sondern unsere Wahrnehmung ist so, weil das Universum so gebaut ist. Das Universum ist Skaleninvariant aufgebaut. Geschichte des Global Scaling, mal ganz kurz, Feinmann hat Feinmann hat die logarithmische Skaleninvarianz bei Teilchenresonanzen festgestellt. Also Atomteilchen halten sich an ganz bestimmte mathematische Prinzipien, die mit dem Global Scaling in Einklang sind. Schmidt-Nielsen, logarithmische Skaleninvarianz im Aufbau der Organismen. Chislenko ist vielleicht mit Bekannter in dem Zusammenhang, hat eine Häufigkeitsverteilung aufgestellt von Spezies in Abhängigkeit von Körpergröße und Körpermasse. Also eine große Anzahl von Lebewesen vom Kleinen bis zum Großen genommen, die durchschnittliche Größe vermessen und auf einer Skala aufgetragen. Der normale Mensch würde denken, das ist linear. Also ich finde ein Lebewesen bei einem Meter, bei einem Meter 50, bei zwei Meter, bei zwei Meter 50 und so weiter. Was aber dann festgestellt worden ist, das ist nicht so. Es gibt eine Insel der Häufigkeit und dann gibt es Bereiche, wo ganz wenig Lebewesen existieren. Dann gibt es wieder einen Bereich, wo viele Lebewesen existieren, dann gibt es einen Bereich, wo keine Lebewesen existieren, und dann wieder welche. Und diese Skala variiert oder vergrößert sich immer. Auch dort ist es Skaleninvariant. Das gleiche dann Entwicklungsetappen von Embryogenese und Morphogenese, also Entwicklung von Lebewesen und Hartmut Müller hat das dann mal zusammengefasst und ist eben auf die Global Scaling Theorie gestoßen. Zum einen hat er festgestellt, der Abstand dieser Häufigkeiten der Lebewesen lässt sich nach unten fortsetzen und dann kommt man bei der logarithmischen Skaleninvarianz der Teilchen raus oder man verlängert das nach oben und kommt bei einer Skaleninvarianz der Größe von Himmelskörpern raus. Sei es nun Planeten oder Sonnensystemen oder Galaxien. Und stellt fest, auch dort wirken wieder die gleichen Prinzipien oder das gleiche mathematische Modell. Heute wissen wir, wir finden das an unendlich vielen Stellen immer wieder. Bei den Elementarteilchen im Mikrowellenhintergrund, in physikalischen Zufallsprozessen, in den Atomen, in den Kristallen, in der DNA, in den Zellen, in biologischen Arten, Planeten, Monde, Asteroiden, Sterne, Sternhaufen, Galaxien. Und all diese Dinge kommen ja in der Natur vor, wenn wir mal kurz annehmen, es gibt eine Evolution, das heißt, das Wesen oder das Sonnensystem hat sich entwickelt zu dem optimalen Maß oder zu dem, wo es am energieeffizientesten arbeiten oder schwingen kann, dann trifft das natürlich auch auf technische Prozesse zu. Vor 100 Jahren haben wir angefangen, Autos zu bauen, die waren noch irgendwie unförmig und auch in den Fahreigenschaften nicht so gut, bis wir dann gelernt haben, wie muss ein Auto gebaut werden, dass es halbwegs vernünftig fährt und eine vernünftige Straßenlage hat. Es ist dann also ein entwickelter technischer Prozess und wenn wir den ausmessen, dann stellen wir fest, der orientiert sich genau an den gleichen Prinzipien, der orientiert sich genau an diesen Global Scaling-Maßen. Die Ursache dieser logarithmischen Skaleninvarianz, also warum sind alle Prozesse in der Natur fraktal aufgebaut oder Skaleninvariant, ist diese, dass man zeigen kann, das, was ich am Anfang schon mal grafisch dargestellt habe, jede, wenn ich eine Seite anzupfe oder schwingen lasse, dann schwingt sie ja auf ihrem Grundton, auf ihrer energetisch effizientesten Ebene und das Tonspektrum, was entsteht, ist ein logarithmisch fraktales Klangspektrum. Jede Eigenschwingung, die in dem energetisch niedrigsten Niveau ist, erzeugt so ein Spektrum, was wir dann als Eigenschwingungsprozess bezeichnen, was dann so aussieht, im Global Scaling teilt sich diese Schwingung in Dreierstrukturen auf, die wiederum in Dreierstrukturen aufgeteilt sind und wieder in Dreierstrukturen aufgeteilt sind und nach dem Prinzip, wie wir es bei Lauterwasser gesehen haben, dass also diese Schwingungsformen sich immer nach diesen Hintergrundschwingungen ausrichten, dargestellt wird das Ganze in einem sogenannten fundamentalen Fraktal, also das ist noch ein bisschen komplexer als vorhin mit den einfachen Schwingungsformen, es gibt hier sogenannte Schwingungsknoten mit 0, minus 3, minus 6 oder 3, 6 und so weiter bezeichnet und wir sehen hier, es sind immer Dreier-Einheiten, die diese Abstände ausmachen, dann gibt es parallel dazu eine phasenverschobene Welle, die eine Phasenverschiebung von 1,5 hat, also 3,5 oder minus 3,5 hier blau dargestellt und dann gibt es einen überlappenden Bereich, den wir grünen Bereich nennen. Es ist also eine Hintergrundwelle, die aus zwei Teilen bestehend, die herkömmliche Physik betrachtet immer die Materie als ein Element und das Vakuum ist wie keine eigenständige Eigenschaft, im Global Scaling würde man aber sagen, es gibt die Materie und dann die Nicht-Materie als zwei gegenläufige Pole, wenn das eine stark da ist, ist das andere nicht da und wenn das andere stark da ist, ist wieder das eine nicht da. Also die können sich abwechseln und sie tun das nach mathematischen Prinzipien. Wir nennen solche Punkte hier Attraktoren und die haben bestimmte Eigenschaften. Nun fragen wir, was ist die Urschwingung, die dieses Fraktal ausmacht, also bei meiner Seite wäre es ja das Anzupfen oder die Taste, die ich drücke, wenn wir aber den kosmischen Maßstab betrachten wollen und dort die Urschwingung finden wollen, stellen wir fest, im materiellen Universum, besteht alles aus Atomen, aber jedes Atom besteht aus Nukleonen, Entschuldigung, also Protonen, Kernteilchen und Elektronen. Das Verhältnis aber von Protonmasse zu Elektronmasse ist so, dass das Proton 1836 mal schwerer ist als das Elektron. Das heißt, 99,995% eines Atoms bestehen nur aus Protonen. Das ist also das bestimmende Element in diesem ganzen Spiel und deswegen bestimmen Resonanzfrequenzen dieses Protons alle Prozesse im Universum. Wir können dann also dieses Fraktal eichen auf Grundprinzipien oder auf Grundmaße, nehmen wir die Lichtgeschwindigkeit, dann können wir ein Fraktal der Geschwindigkeiten aufmachen. Oder wir können die Planck'sche Konstante nehmen, haben wir noch vielleicht mal entscheidender für uns die Protonmasse, wenn wir bei den Massen der Lebewesen landen wollen. Wir nehmen die Masse des Protons als Eichmaß, bauen das Fraktal auf und stellen fest, dass also Himmelskörper oder Lebewesen sich auf bestimmten Vielfachen der Grundfrequenz oder der Grundmasse des Protons anordnen, weil wir dort stabile Punkte finden. Und jetzt haben diese Bereiche des fundamentalen Fraktals bestimmte Eigenschaften, Knoten oder Subknoten, also hier dieser helle Bereich, dort sagen wir, haben wir eine hohe Spektraldichte, das heißt, es gibt viele Resonanzen, dort ist aber auch ein turbulentes Verhalten zu beobachten. Also ein Prozess, der hier hineinkommt, bekommt sehr viel Energie hineingepumpt. Wenn ich eine Maschine baue, die, sagen wir mal, in Resonanz laufen soll mit dem Universum, dann sollte sie in der Nähe dieses Bereiches laufen, aber es besteht eine Gefahr, sie bekommt viel Energie hineingepumpt, aber es ist eine hohe Ereignisdichte oder eine hohe Fluktuationswahrscheinlichkeit. Also die Maschine hat auch eine gewisse Tendenz, leicht kaputt zu gehen an dieser Stelle. Man muss also aufpassen, dass man sie dann in einen näheren Bereich dieses Attraktors legt. Man kann auch dann schauen, ein Prozess, der sich hier befindet, hat eine Tendenz, in diese Richtung des Attraktors gezogen zu werden. Oder ein Bereich, der hier liegt, hat eine Tendenz, hierhin gezogen zu werden. Also wir können mithilfe des Global Scalings ganz neue Aussagen treffen, über Frequenzen, über Töne, über Maschinen, auch über das Bewusstsein des Menschen, wie es sich verhält in bestimmten Frequenzbereichen oder wo die Entwicklungstendenz ist. In Lücken, also hier in diesem Bereich, treten gar keine Eigenresonanzen auf. Dort können wir Prozesse platzieren, die sehr still laufen sollen oder wo wir wenig Fluktuation brauchen. Meinetwegen, wenn ich was messen möchte und ich möchte es nicht, kein starkes Hintergrund rauschen haben oder so, dann würde ich es versuchen, hier in diesem Bereich zu platzieren, weil ich wenig Fluktuationen brauche. Im grünen Bereich haben wir auch viele Eigenfrequenzen, aber es ist ein sehr laminarer Bereich, kann man dazu sagen. Also es passiert wenig Gefährliches sozusagen. Dort läuft es sehr ruhig. Dann gibt es eben Kompressionsbereiche, das wäre also der Bereich von hier bis zum Attraktor hin. Dort wird also Materie angesaugt oder verdichtet und dann Dekompressionsbereiche, dort wäre dann die andere Seite, wo sich etwas wieder auseinander bewegt. Und es gibt noch den Begriff des Phasenwechsels, wenn also ein Prozess sich hier hin bewegt, wird es komprimiert, komprimiert bis zum Attraktor und dann kommt wieder die Dekompression, wir sagen also Phasenwechsel, die Richtung kehrt sich um, es tendiert dazu, auseinander zu gehen. Jeder kennt das vielleicht im täglichen Leben, dass sich Dinge auf einen Höhepunkt hinarbeiten und dann fällt die Tendenz wieder in die andere Richtung, es geht auseinander. Oder es dekomprimiert wieder. Jetzt schauen wir uns mal Beispiele an. Nehmen wir die Atmosphäre der Erde, dann ja von außen gesehen haben wir eine bestimmte Schichtdicke, aber wer sich mal genauer angeschaut hat, wie die Atmosphäre aufgebaut ist, stellt fest, es gibt auch dort eine Schichtung. Wir kennen hier Troposphäre, Stratosphäre, Meso und so weiter und aber man sieht es hier schon an der Skala, die Abstände werden immer größer. Also 15, 50, 80 und dann plötzlich 500. Das ist auch ein Hinweis auf eine logarithmische Skala und es ist auch tatsächlich so, wenn wir uns zum Beispiel hier diese Gewilderwolke anschauen oder jeder der Wolken schon mal genauer beobachtet hat, die sind selten an der Unterseite rund, sondern die docken immer auf bestimmten Niveaus an. Es gibt Schichtungen in der Atmosphäre, man sieht es hier sehr schön, beobachtet es einfach mal und wenn man es nachrechnet, diese Schichtungen entsprechen wieder Maßen aus dem Global Scaling, wo bestimmte Bereiche enden oder Strukturen sich ändern, was also an der Stelle für Energieniveaus vorhanden sind. Anderes Beispiel, nochmal räumliche Prozesse, die bisherige Physik kann nicht sagen, woher diese Schichtung der Saturnringe kommt. Also es gibt hier eine Lücke zum Beispiel, es gibt hier Unterlücken und wenn man aber Fotos nimmt, habe ich jetzt vergessen mit einzubauen, von der inneren Struktur dieses Saturnringes und das vergleicht mit der inneren Struktur des fundamentalen Fraktals, was das Global Scaling sagt, kann man ganz genau sehen, dass das Fraktal aufgebaut ist, dass es diese gleichen Strukturen hat oder genauso eingeschachtelt ist. Wir können auch Global Scaling in natürlichen Rhythmen betrachten, also nicht nur in Maßen, wenn wir sagen wir die Masse des Protons oder die Wellenlänge des Protons als Grundmaß nehmen. Wir können es auch betrachten in Zyklen von Lebewesen oder von Prozessen. Sagen wir ein Kind kommt auf die Welt, dann wird sozusagen ein neuer Prozess gestartet. Und die zeitliche Entwicklung dieses Lebewesen folgt auch einer logarithmischen Struktur. Jeder von sich kennt das, es gibt Phasen im Leben, da geht es nur Schlag auf Schlag, hohe Ereignisdichte und dann gibt es wieder Phasen, das mache ich denn heute. Da passiert nicht viel. Und wenn man das aber analysiert, es gibt mittlerweile Software, wo man sich einen Kalender erstellen lassen kann in Zusammenhang mit seinem eigenen Geburtsdatum und dann stellt man fest, es gibt also Ereignisdichten, fangen wir mal hier an bei 5 Monaten, dann das nächste ist hier bei 2 Jahren ungefähr, 1,9 Jahren, dann 8 Jahren und 37 Jahren hier und dann kommen wir schon in den Bereich, wo die Lebensphase des Menschen endet, bisher zumindest, also bei 100 Jahren. Wenn wir dann größer kommen, sagen wir 112 Jahre, kommen wir schon in den Bereich dieses nächsten Attraktors und dort ist die Ereignisdichte hoch. Dort ist aber auch die Energie, die in den Körper eingetragen wird, sehr hoch. Das heißt, Menschen, die älter als 112 Jahre werden, dann gibt es relativ wenige, weil sie nicht vom System her kompatibel sind mit diesem Energieschub, der dann wieder auftaucht. Oder Kinder können eben in dem Bereich sehr gut lernen, weil dort sehr viele Ereignisse kommen, wo sie lernen, während wir als Erwachsene uns langsamer entwickeln können, weil wir, sagen wir mal, die Strukturveränderung in unserem Zeitfraktal langsamer vonstatten geht. Anderes Beispiel, Flugzeuge nach 37 Jahren haben ihre Lebensdauer im Allgemeinen überschritten. Garantiezyklen enden bei 2 Jahren. Oder, früher war es mal bei 6 Monaten. Also wer diesen Knoten von 5 Monaten überlebt hat, da ist die Wahrscheinlichkeit lange größer, dass das Gerät erstmal eine Weile überlebt. Und wenn es den 2-Jahres-Zyklus überlebt hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch bis 8 Jahre hält. Und so weiter. Also, wir können es in allen Bereichen des Universums anwenden, egal worauf wir das eichen, wir kommen zu einer neuen Wissenschaft. Und warum ich das Ganze sage, noch ein Beispiel für technische Systeme, zum einen Phasenwechsel und aber auch ein hochentwickeltes System. Schauen wir Computertechnik an, das sind jetzt alles Grafiken aus dem Institut für Raumenergie Forschung von Hartmut Müller. Der erste, der 8086er Prozessor, jetzt von den x86er Systemen, hatte also einen Frequenzbereich in der Nähe dieses Knotens. Dann kam so eine Zwischenphase der 286er und dann der nächste Knoten, der 386er hat sich in dem Frequenzbereich angesammelt. Der 486er hier, der Pentium dann beim nächsten Knoten, dann der MMX-Pentium war so ein Zwischending, ging wieder weiter zum nächsthöheren. Wieder ein Zwischending, dann der Pentium 4. Jetzt sind wir bei Core Duo, was irgendwie ein Zwischending ist, bis wir dann die nächste Stufe finden werden, wie es weitergeht. Und man kann jetzt von vornherein auch, wenn man das Prinzip einmal begriffen hat, ein System, was man bauen will, anschauen, wo geht es denn hin oder wo ist ein optimal laufender Bereich. Und da muss ich nicht 20 Produktzyklen nehmen, um rumzuexperimentieren, sondern ich kann kurz rechnen, also nicht kurz rechnen, muss ein bisschen recherchieren dazu, wir sagen immer 99% Recherche, 1% Rechnen, aber wenn ich dann verstanden habe, wie das Prinzip funktioniert, kann ich also ein Gerät auch so bauen, dass es wirklich im Einklang mit den kosmischen Rhythmen funktioniert und dann wird es auch wirklich effektiv laufen, weil es in seinem Eigenschwingungsmodus läuft. Oder Global Scaling ist natürlich ein wunderbarer Weg, das Universum zu verstehen. Wenn ich verstehen will, warum hat die Natur ein bestimmtes Maß verwendet, dann kann ich das mit dem Global Scaling nachrechnen und ich kann feststellen, manches stimmt nicht. Wenn ich dann aber feststelle, ich habe es gefunden, dass es stimmt, ich habe das richtige Maß gefunden oder es geht genau dorthin im Fraktal, wo man es vielleicht vermuten würde oder wo es mit der Eigenschaft passt, sieht man, ich habe es begriffen. Also ich habe verstanden, was das Wichtige ist. Also mal ein einfaches Beispiel, bei Menschen, der Augapfel hat eine ganz bestimmte Größe, Durchmesser von 24 Millimetern, aber herkömmliche Wissenschaft kann gar keine Aussage treffen, warum das 24 Millimeter sind und wenn ich auf das Längenfraktal rechne, also auf die Länge des Protons Eiche, funktioniert es auch nicht, es ist nicht irgendwie passend. Wenn ich es aber dann umrechne auf Volumen des Augapfels, stelle ich fest, dort komme ich in den Bereich, wo das Auge sehr exakt messen kann, ohne große äußere Störungen, dann sehe ich, okay, das Volumen ist entscheidend für die Maßgabe der Größe des Augapfels. Und anderes Beispiel, wenn ich Gebäude baue, bestimmte Höhen verwende, muss ich mich immer an Global Scaling Maßen orientieren. Das hat die Menschheit schmerzhaft gelernt, wenn sie versucht hat, Maße dazwischen zu nehmen, die eine hohe Fluktuationswahrscheinlichkeit hatten, haben die Maße nicht lange gehalten, oder diese Gebäude. Es gibt auch, es gibt nicht kontinuierliche Gebäudehöhen, sondern es gibt immer Bereiche, wo Gebäude bestimmte Größe haben, dann wieder weiter oben, dann wieder weiter oben, weil dazwischen eine hohe Wahrscheinlichkeit zu Eigenresonanzen entstehen, die dann das Gebäude wieder zerstören können. Wir können das auch mit Stadtplanung verwenden, also wir nehmen einen Mittelpunkt einer Stadt, ist alles jetzt ganz grob vereinfacht, aber es gibt richtig gute Untersuchungen, zum Beispiel für Hannover, von dem Mittelpunkt einer Stadt aus gesehen, gibt es Bereiche mit großen Fluktuationswahrscheinlichkeiten, dann gibt es wieder grüne Bereiche, wo das also ein bisschen ruhiger ist und dann gibt es wieder die nächste Fluktuationszone und man hat das eben mal verglichen mit den Daten einer Wohnungsgenossenschaft, wo man geschaut hat, wo ziehen Leute gerne weg, wo bleiben Leute gerne wohnen und das ist eben so, im grünen Bereich finden wir viele Parks und die Leute bleiben kontinuierlicher in ihren Wohnungen, während die Wohnungen, die in der Nähe dann von Knotenbereichen sind, haben eine viel höhere Fluktuationsrate. Also auch dort folgt alles diesen Gesetzen des Global Scaling. Und wenn wir nochmal auf dieses Bild oder die Aussage wie oben so unten zurückkommen, haben wir hier eine Galaxie, wir sehen, das sind ja alles einzelne Sterne und wir haben also eine Wirbelstruktur, von der Seite aus geschaut, sieht das so aus. Ein bisschen stärker dargestellt kommen wir dann auf dieses Modell, man müsste dazu nochmal Geometrie machen, um das noch deutlicher herauszuarbeiten. Das ist die sogenannte Oort für Wolke, wer mal danach suchen will. Das ist also unser Sonnensystem und dann gibt es viele kleine Himmelskörper, die sich zu einer Kugelschale aufbauen, aber in der Mitte gibt es also hier eine Ebene, in der sich das Ganze konzentriert. Wir sehen das ja hier bei der Galaxie, die wenigsten Galaxien sind kugelförmig, sondern alle scheibenförmig. Es gibt ein kugelförmiges Zentrum in der Mitte, aber die ganze Anordnung ist nicht kugelförmig. Und so auch im Sonnensystem, alles liegt in einer Ebene und dann in der nächsten Schachtelungsstufe haben wir natürlich unsere Planeten, hier wegen den Saturn, wo wir es von den Ringen kennen, wo aber jeder Planet nochmal umgeben ist, wieder in einer Scheibe von seinen Himmelskörpern oder Begleitern, nämlich den Monden. Also der Erdmond oder die Erde hat einen Mond, der Mars hat zwei Monde, die Asteroiden haben wir jetzt mal ein paar größere bloß dargestellt, Jupiter hat vier große Monde, der Saturn hat ein paar Monde, der Uranus und alle liegen immer in der Ebene dieses Himmelskörpers. Und gehen wir in die nächst kleinere Stufe, kommen wir dann zu Wirbelstürmen und das ist etwas, was man auch jedem Physiker eigentlich mal sagen muss, gut, es ändert sich langsam, aber die herkömmlichen Physikbücher oder Physikstudien gehen alle von linearen Prozessen aus. Unsere ganzen Physikbücher sind alles lineare Rechnungen. Man vermeidet sozusagen diese turbulenten Zonen oder logarithmische Strukturen wie der Teufelsweihwasser, könnte man sagen, weil es nicht so leicht beherrschbar ist, aber eigentlich ist es viel einfacher. Nur unser Denken ist völlig falsch. Also wir brauchen meinetwegen jetzt für den Beamer dort, brauchen wir einen Lüfter, um die Wärme abzuführen, für den Computer brauchen wir einen Lüfter. Stellt euch mal vor, ein Käfer bei seiner Rechenleistung, die er verwendet, müsste zusätzlich noch so einen Kühlkörper mit rumschleppen, damit die Wärme abgeführt werden kann. Ja, oder wir würden so einen Kühlkörper hinter uns herziehen. Wir haben solche Prozesse nicht in unserem Körper, wir arbeiten nicht exotherm. Was passiert, wenn ein Gewitter kommt? Wer einen Thermometer zu Hause hat und das verfolgt, wenn eine Gewitterwolke kommt, dann kann es passieren, die Temperatur fällt rapide ab. Das ist nicht ein exothermer Prozess, sondern einer, wo sich die Temperatur verringert. Und so arbeitet die Natur, nämlich nach Wirbelstrukturen, nach Wirbelprozessen in bestimmten Maßen, also die Größe von diesen, sagen wir hier mal Windhose oder Tornados, bis dann Hurricane oder so, ist auch wieder geschachtelt in Stufen. Und auch nach unten geht das weiter, das ist ein relativ neues Foto von mir, das ist aus einem Hühnerei, die sogenannte Hagelschnur. Es gibt also in dem Eiweiß eine Schnur, die das Eigelb festhält. Und diese Schnur, das ist nicht irgendwie ein gerades Kabel, das ist nicht linear, sondern das ist ein Wirbel. Wenn ein Embryo auf die Welt kommt, hat er eine Nabelschnur und um diese Nabelschnur windet sich eine Ader. Das ist auch ein Wirbel, das ist nicht linear, sondern es ist immer wirbelförmig, egal auf welcher Ebene. Und wenn ihr nochmal an die oortsche Wolke zurückdenkt, also wir haben diese Energiescheibe, wo dann die Sonne in der Mitte sitzt, die Planeten, das Gleiche gibt es bei Menschen auch, das ist von sensitiven Leuten, in dem Fall Alex Gray, wer den kennt, ansonsten einfach googeln, Darstellung, wie er das spirituelle System des Menschen sieht. Und wir sehen hier ganz eindeutig so eine Energieachse, eine Zentrale, also das Energiefeld, hier nochmal, es gibt oben einen Wirbel, es gibt unten einen Wirbel und jeder kann es sehen. Wer mal seinem Partner hinten auf die Schädelplatte schaut, sieht dort oder bei kleinen Kindern sehr schön so einen Wirbel, wie sich die Haare anordnen. Also die Natur zeigt es uns an jeder Ecke und an jedem, an allen Ecken und Enden, dass immer wieder Wirbelstrukturen vorhanden sind. Und natürlich, wenn wir noch ganz runter gehen, nehmen wir noch mal kurz das herkömmliche Atommodell, Elektronen, die sich um den Kern bewegen oder wiederum auf Bahnen oder auf energetischen Strukturen. Und es ist immer wieder das gleiche Prinzip, was verwendet wird. Und wer etwas lernen will über den Aufbau des Universums, der kann eben Galaxien studieren und man sieht es hier, es sind alles scheibenförmige Himmelskörper. Und damit sind wir auch sozusagen bei einem Thema von unserem Kongress hier, sagen wir mal. Was sind denn UFOs oder was sind denn fliegende Untertassen? Warum haben sie denn diese Formen? Es sind Raum-Zeit- Gefährte. Sie müssen diese Mathematik kennen, sie müssen dieses Prinzip verstehen, um sich durch Raum und Zeit zu bewegen. Und solange wir unsere Physik nicht ändern, ist das für uns nicht verständlich, wie ein Himmelskörper oder ein Himmelsobjekt solche Flugmanöver durchführen kann. Wenn wir aber einmal die neue Mathematik verstanden haben oder die neue Physik, dann wird sich auch eine neue Pforte auftun, wie es weitergeht, wie ein neues Verständnis entsteht. Und das wird Kommunikation wird dann nicht auf linearer Physik basieren, sondern auf Global Scaling Physik oder Phänomenen des Global Scaling, auf Skaleninvarianz und auf logarithmischen Prinzipien. Das wird nicht anders sein können. Und mit dem Gedanken möchte ich mal abschließen. Also wer noch Fragen hat, ich bin ja noch den ganzen Tag da, ansonsten meine Adresse pythagoras-institut.de. Wer Näheres zu Global Scaling wissen will, kann sich auch hier an das Global Scaling Institut wenden, beziehungsweise bei Nuo Visio gibt es auch schöne Filme, die ihr, glaube ich, auch alle verteilt bekommen habt, von dem letzten Symposium zum Thema Global Scaling. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, bin dann offen für Fragen. Dankeschön.